Musik Da müssen wir hin. Ja, ich brauche es. Wir werden es immer wieder andeuten. Also es ist unheimlich wichtig, heute viel zu trinken. Für die Läuferinnen und Läufer heißt es erstmal Wasser. Da meine ich noch nichts anderes. Es gibt insgesamt sieben Verpflegungsstellen, Wasserstellen auf der Strecke beim Halbmarathon. Also auch da werden sie versorgt unterwegs und dann nutzen sie das auch. Schiegt mir egal auf die letzten 20 Sekunden. So, der 32. Lutherlauf von Marienfeld, der L.G. Marienfeld, der wird in Kürze gestartet. Wir haben 15 oder 6 Minuten, in 4 Minuten ist es zu weit. Und ich darf mal eine Ausbildung, das ist schon gut. Wir haben einen Punkt, da ist es sehr wichtig, dass wir in Kürze gestartet haben. Das ist wichtig, dass wir in Kürze gestartet haben, dass wir in Kürze gestartet haben, dass wir in Kürze gestartet haben. Danke schön. Lautstark. Ich kann mich nicht mehr. Denkt euch sehr warm, heute, wenn ihr das noch nicht gemerkt habt. Brauchst du das? 10, 3, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Auf geht's. Löst du auch den 10 Kilometern auf? Nein, das ist gut. Das ist gut. Wunderbar! Alle die Leute mit mir, willkommen zusammen! Wie stark! Auf Wiedersehen! Abenteuer! Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, nöge! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020